Heal My Soul Eine Snary-Fanfiction Geschrieben von Fingerfertig Gelesen von der Autorin Kapitel 1 Dämonsfeuer Okay, es ist offiziell. Davis hasst mich. Stöhnend ließ sich Draco Malfoy auf einen Stuhl im Aufenthaltsraum der Heiler sinken. Und du übertreibst maßlos. Kam es von dem dunkelhaarigen Mann, der gerade einige Pergamente unterschrieb, ohne aufzusehen? Nein, finde ich nicht. Ab morgen habe ich drei Nachtdienste hintereinander und heute auch einen. Ich meine, was denkt er sich? Ich habe auch noch ein Leben. Oder bin ich ein so schlechter Heiler, dass er mich nur nachts auf die Patienten loslassen kann? Draco rieb sich die Stirn und blickte zu dem anderen, der nun aufsah und die Feder auf die Seite legte. Draco, du bist ein verdammt guter Heiler. Und das ist der Grund, warum dir Davis die Nachtdienste gibt. Wir sind unterbesetzt und er kann gerade nachts die Anfänger nicht allein lassen. Er hält viel von dir. Sarah Snape klopfte seinem Patensohn auf die Schulter und gott ihm ein Glas Wasser ein. Kann ja sein. Trotzdem, wenn es so weitergeht, dann sehe ich Hermine vor unserem Urlaub gar nicht mehr. Oder nur noch schlafend. Wenn ich nach Hause komme, ist sie schon weg und wenn ich gehe, dann kommt sie gerade. Sie versteht doch schon. Sie arbeitet doch auch viel. Und es kommen auch mal bessere Zeiten. Bald ist Weihnachten. Da haben alle viel zu tun. Sagte Sarah und Draco nachdenklich an. Sechs Jahre waren vergangen seit der Schlacht von Hogwarts. Sechs Jahre seit der Krieg geendet hatte. Sarah hatte überlebt, wurde rechtzeitig in der Hütte gefunden und gerettet. Und obwohl er dankbar dafür war, so glaubte er noch immer, er hätte es nicht verdient. Er hatte Hogwarts den Rücken gekehrt und war an St. Mungus gekommen. Er hatte auch eine Ausbildung als Heiler und er schien ihr einfach besser helfen zu können. Es hatte ihn gefreut, dass auch Draco sich nach der Schule für diese Ausbildung entschieden hatte. Und Severus Patenkind zeigte großes Talent als Heiler. Viel hatte sich geändert, auch in der Zauberwelt. Alle wollten den Krieg irgendwie vergessen machen. Doch noch gab es Todesser, die trotz des Triumphes über Voldemort versuchten, an die Macht zu kommen. Die Auroen hatten manchmal alle Hände voll zu tun, damit Anschläge zu verhindern. Und nicht selten landeten auch einige im Mungus. So auch an diesem Tag. Die Tür zum Aufenthaltsraum wurde aufgerissen. Es kommt Arbeit, rief Jeff Corbett, einer der Anfänger. Draco und Severus sprangen auf und folgten dem jungen Mann nach draußen. Worum geht's? Fragte Severus, als sie Wolf Davis sahen. Der Chefheiler stand am Eingang und schien angespannt zu sein. Angreif von Todessern auf Auroren. Wir wissen noch nichts Genaues, aber es soll übel sein. Sagte Davis. Kaum hatte er es ausgesprochen, kamen bereits Medihexer durch die Tür und hatten eine schwebende Trage neben sich. Hinter ihnen kam ein weiterer Mann, der einen anderen stützte. Ron, rief Draco und war sofort bei dem Weasley. Alles okay, aber ihr müsst euch um Harry kümmern und Ian, sagte er und griff den anderen neben sich fester. Harry? Geschockt sah Draco hinter sich und erkannte, dass es wohl Harry war, der auf der Trage lag. Severus hatte sich bereits daran gemacht, ihn zu untersuchen, zusammen mit Davis. Was ist denn passiert? Fragte Draco und nahm Ron den anderen Verletzten ab. Hinterhalt, die Schweine haben uns Dämonfeuer auf den Hals gehetzt. Sagte Ron. Soll ich? Jeff Corbett war da und brachte nach Dracos Nicken den anderen Verletzten auf Ron weg. Okay, was ist mit dir? Alles in Ordnung? Ja, nur ein paar Schramm. Harry hat das Meister bekommen. Alles gut, ähm, wir kümmern uns. Lass dich kurz verarzen und dann hol, hol doch bitte Hermine. Sagte Draco fahrig und rannte dann hinter Severus und Davis her. Hermine und Draco waren nun seit bald fünf Jahren ein Paar. Ja, manchmal fragte sich Draco noch immer, wie es dazu gekommen war. Sie hatten beide das letzte Jahr in Hogwarts wiederholt und nachdem in Nerva McGonagall die Häusergrenzen für dieses Jahr aufgehoben hatte, waren sie sich alle etwas näher gekommen. Draco und auch Hermine waren Schulsprecher geworden. Draco hatte nach all dem, was geschehen war, nicht im Entferntesten daran gedacht, diesen Posten zu bekommen. So verbrachte er zwangsläufig viel Zeit mit der Gryffindor. Sie hatten schnell erkannt, dass sie bei all ihren Gegensätzen doch viel gemeinsam hatten. Inzwischen wuchs ihre Liebe jeden Tag und ein Leben ohne Hermine wollte sich Draco nicht mehr vorstellen. Er stürzte nun in den Raum und blieb einige Momente wie angewurzelt stehen. Er sah sofort, dass Severus und Davis verzweifelt um das Leben von Harry kämpften. Der Aura hatte schwerste Verbrennung am Oberkörper, den Armen und an Teilen der Beine. Davis versuchte ihn zu stabilisieren, während Severus die tiefsten Wunden versorgte. Draco, los, beweg dich! rief Severus und holte damit den jungen Heiler aus seiner Starre. Sofort war er an der Liege und unterstützte Davis. Sie sterben hier ganz sicher nicht weg, Potter! knurrte Severus und ließ seinen Zauberstab über den Oberkörper des Auroren wandern. Plötzlich war Harry in helles Licht gehüllt und Draco und Davis traten zurück. Ein Augenblick später war das Licht verschwunden. Der Kreislauf ist stabil. Mehr Glück als alles andere hat der Gute, aber das hat er ja wohl schon immer, sagte der Chefheiler und ging. Severus schüttelte entnervt den Kopf und machte sich gemeinsam mit Draco daran, die schlimmsten Verbrennungen, die man noch sah, zu verbinden. Mit einem hat Davis recht. Er hat mal wieder unverschämtes Glück gehabt. Jeder andere wäre längst tot, sagte Severus, als sie fertig waren. Das liegt wohl in seiner Natur, sagte Draco. Sicher, also, ich bringe unseren Goldjungen in ein Zimmer und du solltest seinen Freunden Bescheid geben, sagte Severus nun und legte Harry in ein bereitgestelltes Bett. Draco nickte. Und Draco, gute Arbeit, sagte Severus nun und schob das Bett aus dem Raum. Draco atmete kurz durch, fuhr sich durch die Haare und verließ die Notfallstation. Sofort kam Hermine auf ihn zugerannt. Draco zog sie schnell in die Arme. Alles okay, Schatz, er lebt, sagte beruhigend. Ron, Lavender, Blaze und Seamus waren ebenfalls da. Erzähl schon, sagte Blaze drängend und zog Seamus eng an sich. Es hat ihn ziemlich schlimm erwischt, aber wir konnten ihn stabilisieren. Ich, ich will euch echt nichts vormachen, aber es war viel zu knapp, sagte Draco. Kommt er wieder auf die Beine? Wollte Ron wissen, der ein Pflaster auf der Stirn hatte und Lavenders Hand hielt. Sicher, aber es dauert sicher eine Weile, aber ja, er wird wieder gesund. Können wir zu ihm? Wollte Hermine wissen. Er schläft sicher noch eine ganze Weile, morgen früh in Ordnung, sagte Draco und küsste Hermine sanft. Okay, wir kommen morgen früh wieder, sagte sie und sah zu den anderen, welche zögernd nickten. Gut, keine Sorge, er kommt wieder auf die Beine. Bis morgen, sagte Draco und küsste Hermine noch einmal, dann ging er wieder auf die Station. Er musste nicht lange suchen und dann fand er den Raum, in dem Harry untergebracht war. Es war ein Überwachungszimmer für besonders schwer verletzte Patienten. Savile stand am Bett und machte sich einige Notizen auf einem Klemmbrett. Du hast Feierabend, sagte Draco und trat näher. Harry sah noch immer mehr tot als lebendig aus, aber immerhin atmete er selbstständig. Davies will, dass hier alles glatt läuft. In ein paar Stunden haben wir die Presse hier und dann wäre es besser, wenn unser Goldjunge noch leben würde, sagte Severus abschätzig. Lass das, du weißt, er mag den Namen nicht. Severus rollte mit den Augen und legte das Klemmbrett auf die Seite. Na gut, ich gehe, pass auf ihn auf, morgen sollte er schon wieder etwas fitter sein, sagte er dann und ging aus dem Zimmer. Kopfschütteln zog sich Draco einen Stuhl an das Bett und seufzte. Er meint das alles nicht so. Er mag dich, irgendwie. Du darfst nur nicht aufgeben, sagte er dann leise und warf einen Blick auf die nun geschlossene Tür. Severus trat auf die Straße. Es war eisig und Schnee fiel. Er zog den Mantel enger um sich, eilte in eine Seitengasse und disapparierte. Er konnte nicht mehr genau sagen, wie er ins Haus und später irgendwann tatsächlich ins Bett gelangt war, aber er wusste, dass er schlafen musste, aber es nicht konnte. Potter ging ihm nicht mehr aus dem Kopf. Die Verletzungen waren das eine gewesen. Er hatte schon anderes gesehen. Aber ihn um ein Haar zu verlieren, hatte Severus mehr mitgenommen, als er zugeben konnte. Sein Verhältnis zu dem jungen Mann war nicht viel anders als zu dessen Zeit in Hogwarts. Man konnte von gegenseitigem, vorsichtigen Respekt sprechen, mehr aber nicht. Severus trefft Harry nur selten und wenn, dann auf Einladung von Draco und Hermine. Sie sprachen dann kaum und wenn über Belangloses. Harry hatte sich äußerlich wirklich gemacht, das musste auch Severus zugeben. Er war nie besonders groß gewesen, hat aber in den letzten Jahren tatsächlich noch etwas wachsen können, sodass er Draco beinahe eingeholt hatte. Er trug die Haare kürzer als früher und hatte immer ein Drei-Tage-Bart. Severus drehte sich seufzend auf die Seite und versuchte Schlaf zu finden, auch wenn dies wohl aussichtslos war. Harry erwachte und brauchte einige Momente, die er realisierte, wo er war. Er hatte einen Zugang im Arm und seine Brust und Teile des Arms waren verbunden. Schön setzte er sich auf. Erst jetzt erinnerte er sich, wieder was geschehen war. Der Hinterhalt, das Feuer. Ron und Ian. Er zog sich die Nadel aus dem Arm und wollte bereits aufstehen, als die Tür aufging. Was glaubst du, machst du da? Wollte Draco wissen und eilte zum Bett, um Harry wieder auf selbiges zu drücken. Draco, was ist mit... Keine Angst, Ron und die anderen sind in Ordnung. Sie sind zu Hause und nun leg dich wieder hin. Mir geht's gut. Sagte Harry energisch, schwang aber die Beine wieder auf das Bett. Ja, das sehe ich. Du bist weiß wie eine Wand. Und weißt du eigentlich, wie knapp das gestern war? Es hätte nicht viel gefehlt und... Muss ich es wirklich aussprechen? Du hast mir eine scheiß Angst eingejagt. Draco und Harry waren nicht nur Hermine zuliebe befreundet. Sie hatten sich im letzten Jahr in Hogwarts ausgesprochen und Harry hatte erkennen müssen, dass auch Draco es nie leicht hatte. Dieser hatte nie eine Wahl gehabt und er wollte seinen Vater nicht enttäuschen. Letztendlich hatte er rechtzeitig erkannt, dass der Weg seines Vaters der falsche war. Die beiden jungen Männer verband vieles und so wurden sie Freunde, noch bevor Draco und Hermine ein Paar wurden. Draco hatte sich damals von seinem Elternhaus abgewandt und begann erst langsam wieder eine Beziehung zu Narcissa und Lucius aufzubauen. Lucius Malfoy war einige Jahre in Azkaban gewesen und Narcissa Malfoy, die nie wirklich hinter den Lehren des Lords gestanden hatte, hatte lange Mühe gehabt, ihren Mann wieder aufzunehmen. Aber sie liebte ihn und seit Draco wieder in ihrem Leben war, konnte sie auch Lucius verzeihen. Tut mir leid, sagte Harry nun und ließ sich in die Kissen sinken. Ja, sollte es auch. Hermine war vollkommen fertig, Ron, Blake, James und Lavender ebenfalls. Waren sie hier? Ja, gestern, kurz nachdem du hergebracht worden warst. Ich habe sie nach Hause geschickt, sie wollen aber heute kommen. Harry nickte. Ähm, was ist mit... Also, stotterte er. Severus? Na, was glaubst du? Er hatte gestern auch Dienst und hat dir dein Leben gerettet. Bei Merlins Bad, Harry. Warum musst du immer den Helden spielen? So war das nicht. Ach nein? Collins hat gesagt, du bist noch mal rein in das Haus, um ihn zu holen, obwohl er längst draußen war. Das wusste ich nicht. Schon klar. Aber man rennt nicht einfach zurück in Dämonen. Und das ist ein Dämonen. Du hast Freunde und du willst lachen. Die wollen nicht, dass du drauf gehst. Nicht schon wieder. Fügte Draco leise an. Harry schwieg und atmete tief ein. Okay, ja, du hast recht, es war dumm. Darf ich nach Hause? Wollte er dann wissen. Nach Hause? Du bist dem Tod gerade so von der Schippe gesprungen. Ich hab gleich Feierabend, aber Saras kommt dann und der wird dich ganz sicher nicht entlassen. Dre, bitte lass mich gehen. Ich will ihn nicht sehen und mir schon gar nicht seine Moralpredigt anhören. Mir geht es gut und ich kann gern morgen wiederkommen und die Wunden versorgen lassen. Aber bitte, ich will nicht hier bleiben. Die Presse steht doch sicher schon vor der Tür. Bitte, Dre. Draco fuhr sich durch die blonden Haare und seufzte. Ach, schön, aber du musst dich auf eigene Verantwortung entlassen und ich geb dir Schmerztrinken mit. Ach, und rechne damit, dass Hermine später auf der Matte steht. Sagte er und ließ ein Formular erscheinen, welches er Harry hinhielt. Dieser griff nach der Feder und unterschrieb. Gut, also wo sind meine Sachen? Fragte er dann, denn im Moment trug er nur eine Boxershorts und sonst nichts außer der Verbände. Verbrannt, also das meiste. Sagte Draco und ging zum Schrank. Hier, das sollte erst mal gehen. Sagte er dann und rechte Harry die Sachen. Es waren die typischen blauen Arbeitsklamotten, welche die Heiler unter ihren weißen Kitteln trugen. Danke. Sagte Harry, stand auf und brauchte einige Momente, ehe er sicher stand. Schau nicht so, mir geht's gut. Sagte er und schlüpfte in die Sachen. Seine Beine waren verheilt, zeigten aber deutliche Narben. Die Narben müssen eingecremt werden. Hier. Sagte Draco, der kurz aus dem Raum gegangen war und nur mit einem kleinen Beutel wieder vor Harry stand. Da ist alles drin und morgen früh kommst du zum Verbandswechsel. Wenn alles gut läuft, dann sind deine Brust und die Arme in einer Woche verheilt. Harry nahm den Beutel und nickte. Gibt's einen Hinterausgang? Wollte er denn wissen? Sicher, aber du darfst nicht apparieren, verstanden? Das würde es schlimmer machen. Und wie stellst du dir vor, komme ich nach Haus? Mit dem fahrenden Ritter? Da kann ich auch direkt zum Tagespropheten gehen, sagte Harry entnervt. Dann nimm ein Taxi, hast du Muggelgeld? Sicher, wenn meine Brieftasche nicht verbrannt wäre? Ach ja, hier nimm, das müsste reichen. Ach hier, nimm meinen Mantel, es ist kalt draußen. Ich flohe später nach Haus, sagte Draco und drückte seinem Freund einige Pfund in die Hand. Danke, Dre. Schon gut, aber ich bin nicht glücklich damit. Ich gehe jetzt etwas schlafen und komme mit Termin heute Nachmittag vorbei, okay? Harry nickte. Gut, dann komm, ich bring dich raus. Auf der Straße verabschiedete sich Draco schnell und Harry sah sich nach einem Taxi um, aber in dem mittlerweile dichten Schneetreiben konnte er keines sehen. Draco übertrieb sich ja. Warum sollte er nicht apparieren, wenn es doch so wesentlich schneller ging? Er steckte das Geld ein, sah sich um und disapparierte. Als Severus ins Mungus kam, war er überrascht, dass keine Reporter die Eingangsheile belagerten. Harry Potter war noch immer berühmt und die Presse nahm immer gern Anteil in dessen Leben, auch wenn Severus inzwischen wusste, dass Diveson das mehr als lästig war. Er durchschritt den Eingangsbereich und machte sich auf den Weg in den Aufenthaltsraum der Heiler, in welchem diese auch ihre Schränke hatten. Als er die Tür öffnete, knöpfte sich Draco gerade sein Hemd zu, ansonsten war der Raum leer. Morgen, Draco, sagte Severus und verstaute seine Tasche in einem der Schränke. Morgen, Seth, gut geschlafen? Geht so, was macht unser Promi? Harry? Der ist, also, der ist zu Hause, stotterte Draco etwas verlegen. Was? Draco, du, hey, das ist nicht meine Schuld. Ich habe auf ihn eingeredet, aber er wollte hier weg und hat sich selbst entlassen. Der wird zwar auch nicht begeistert, aber was sollte ich denn machen, ihn festbinden? Nein, aber bei Merlin, der Bengel wird nicht klug. Stöhnte Severus und fuhr sich durch die Haare. Hast du? Sicher, ich bin Heiler, oder? Er hat Schmerztränke und Salbe mit und er kommt morgen früh zum Wechseln der Verbände. Ich habe ihm Geld für ein Taxi gegeben, damit er nicht appariert und ich werde mit Mine heute Nachmittag zu ihm gehen. Okay, okay, sicher, es ist nicht deine Schuld, aber es ist trotzdem unvernünftig. Sagte Severus. Draco warf sich seufzend seine Tasche um. Seth, ich weiß, du denkst, er mag diese ganze Aufmerksamkeit und all das. Aber er hasst es. Er hat es immer gehasst, aber er hatte nie eine Wahl. Versuch doch, ihn wenigstens etwas anders zu sehen, okay? Ich habe es ja auch geschafft. Severus hob die Augenbrauen. Er hätte nicht erwartet, dass Draco noch immer der Meinung war, dass er Potter verabscheute. Aber nun hat es ganz viel Anschein. Sicher, sagte er leise und Draco nickte. Okay, wir sehen uns dann heute Abend, sagte er und verschwand aus dem Raum. Severus ließ sich auf einen Stuhl singen und schüttelte den Kopf. Wieso nahm es ihn so mit, dass Potter sich entlassen hatte? Konnte es ihm nicht einfach egal sein? Er hatte ihn zuletzt vor einigen Wochen gesehen, als Hermine und Draco Halloween gefeiert hatten. Sie machten an diesem Tag immer ein Festessen oder eine Party und Severus wusste, dass sie damit nicht nur Harry vom Todestag seiner Eltern ablenken wollten. Aber nun hat es keinen Sinn zu grübeln. Severus stand auf, zog sich seinen Kittel an und machte sich an die Arbeit. Harry lag auf dem Sofa und starrte an die Decke. Es war tatsächlich nicht die beste Idee gewesen zu operieren. Vor Schmerzen war ihm kurz schwarz vor Augen geworden. Nun lag er hier und wartete, dass die Tränke von Draco langsam wirkten. Das Haus im Grimmett Place, welches er von Sirius geerbt hatte, war ihm bisher nie ein wirkliches Zuhause gewesen. Über die letzten Jahre hatte er es komplett renoviert, aber noch immer erinnerte ihn hier alles an seinen Paten und an seine eigene Vergangenheit. Aber hier wurde er nicht belästigt, denn bis auf seine Freunde kannte niemand seine Adresse. Nach dem Krieg war alles irgendwie schlimmer geworden. Harry hinterfragte sein gesamtes Leben, seine schlimmen Jahre bei den Dursleys, die Misshandlungen, von denen niemand wusste, der Hunger und die Angst, bis er nach Rauchquatsch kam. Der Druck, unter dem er stand, weil er als Autorweter die Last einer gesamten Zauberwelt auf seinen Schultern trug. Und das als Kind. Harry wollte das nach dem Krieg alles abschütteln, aber es gelang ihm nicht. Er stürzte sich in die Ausbildung und dann in die Arbeit. Zu Ginny hatte er immer noch ein sehr gutes Verhältnis, obwohl sie sich getrennt hatten. Harry musste erkennen, dass es wohl in seinem Leben keine Frau geben würde. Er wollte etwas oder jemand anderes, aber er wusste, dass er das eine, was er wollte, wohl nie bekommen würde. Stöhnend richtete er sich auf. Es war früher Nachmittag und Drake und Hermine würden bald da sein. Die Schmerzen waren nun erträglich und Harry stieg in den ersten Stock, um sich umzuziehen. Er entschied sich für ein Pullover und eine einfache Jeans. Als er sein jetziges Oberteil auszog, sah er deutliche Rötungen auf der gehaltenen Haut. Sie war warm und Harry wusste, dass das eine Entzündung sein könnte. Er schmierte die Stellen mit der Salbe von Draco ein und zog sich mühsam dann den Pullover über. Keine zehn Minuten später klopfte es. Harry versuchte sich, seine Schmerzen nicht ansehen zu lassen und öffnete mit einem Lächeln in die Tür. Hermines Blick war nur schwer zu deuten, aber Erleichterung war darin zu sehen und eine Spur der altbekannten Hermine-Wut. Spinnst du? sagte sie und schnipste ihrem besten Freund gegen die Stirn. Aua! Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen, Mina. Kommt doch rein, sagte Harry und trat auf die Seite. Er führte seine Gäste in das Wohnzimmer und wies auf eine in der Couchen. Wie geht's dir? Wollte Hermine schon versöhnlicher wissen. Gut, mach dir keine Sorgen, ich bin in Ordnung. Dank deines Freundes hier. Danke, aber der Ruhm geht wohl eher an Seth. Ohne ihn, wer weiß, sagte Draco. Warum bist du aus der Klinik verschwunden? Als Draco mir das erzählt hat, dachte ich, ich höre nicht richtig. Harry, das ist komplett unvernünftig, sagte Hermine. Hermine, mir geht es gut, ich kann mich auch hier ausruhen. Ich habe mich die nächste Woche krank gemeldet und dann habe ich Urlaub, also alles in Ordnung. Dort hätte ich mich nicht erholen können, die Presse hätte das Mungus belagert und damit wäre niemandem geholfen. Ihre Story haben sie eh schon, sagte Draco und warf Harry den Tagespropheten zu, den er selbst schon eine Weile nicht mehr abonniert hatte. Harry Potter bei Angriff schwer verletzt, Heiler retten sein Leben, las er die Titelzeile. Genau das meine ich. Jeden Tag werden Menschen verletzt, aber über wen schreiben sie? Mich. Irgendwann werden sie das Interesse verlieren, sagte Hermine sanft. Irgendwann? Das geht schon mein halbes Leben so und der Krieg ist seit sechs Jahren vorbei und... Ach, lassen wir das. Was machen die Urlaubsvorbereitungen? Wollte Harry dann wissen. Alles gut. Sag, willst du nicht doch mitkommen? fragte Hermine. Hermine, wir hatten das. Drei glückliche Paare und ich dazwischen? Nein. Ihr macht euch ein paar schöne Tage und dann sehen wir uns an Silvester. Wir würden uns aber sehr freuen. Es ist doch Weihnachten, sagte Hermine. Lass ihn, Schatz. Ich kann ihn schon verstehen. Aber wir würden sicher eine Begleitung für dich finden. Blaze und Seamus kennen doch viele. Danke, Drei. Aber nein, danke. Ich komme klar. Sagte Harry abwehrend. Seit Seamus und Blaze wussten, dass Harry schwul war, wollten sie ihn regelmäßig verkuppeln. Allerdings wollten die meisten nur einmal den berühmten Harry Potter sehen und das war es dann. Nein. Darauf konnte er verzichten. Aber du gehst doch zu Molly und Arthur, oder? Mine, es ist ja noch eine Woche bis dahin und ich werde es sehen. Vielleicht mache ich mir auch ein paar schöne Tage alleine. Wie du meinst, wir kommen auf jeden Fall die Tage nochmal vorbei. Ron und die anderen lassen schön grüßen. Ich wette, Blaze steht hier morgen mit seinem berühmten Kartoffelauflauf auf der Matte. Sagte Draco grinsend und Harry nickte lächelnd. Na schön, dann gehen wir jetzt. Wenn du was brauchst, dann floh uns an, oder ruf an. Meine Nummer hast du und schon dich. Sagte Hermine und küsste Harry auf die Stirn. Mache ich, Mine und danke. Ihr könnt gern von hier nach Haus flohen, wenn ihr wollt. Sagte Harry. Gern. Geh schön vor, Schatz, ich komm gleich nach. Sagte Draco. Seine Freundin nickte, griff nach dem Flohpulver, welches auf dem Kamin stand und verschwand. Wie geht es dir wirklich? Dray, alles in Ordnung. Harry, ich kenne dich schon eine Weile und ich sehe, wenn du etwas in dich reinfrisst. Du solltest mit jemandem reden, nicht mit mir, Ron oder Hermine. Es macht dich fertig, aber so wird es nicht vorbeigehen. Sagte Draco ernst. Und mit wem soll ich reden? Fragte Harry genervt. Draco stand auf und kniffte seinen Mantel zu. Mit ihm. Sagte er schlicht und trat in den Kamin. Sicher nicht. Sagte Harry energisch und sah zu dem anderen. Mach einfach nur kein Mist, okay? Sagte Draco bittend zu seinem Freund. Zügernd nickte Harry. Draco trat in den Kamin und war gleich darauf, verschwunden. Geil. Das war better. hotel Vielen Dank.